Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei GeorgTV. Der Bruder von Arafat äußert sich auf TikTok über den ganzen Skandal. Speziell, weil Barelio mit Bushido live gehen wollte. Es wird entertain pur, Leute. Alle dabei sein. Und Arafat natürlich gar nicht begeistert davon wäre. Das Ganze wurde ja abgesagt. Die Esser wurde dann von Harun gefragt, was er von dem Ganzen haltet. Ich habe für euch die Szene rausgenommen. Wenn ihr keine weiteren News verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Peace. Wie sehen wir uns, dass Barelio morgen mit Bushido live geht? Eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Ich frage dich jetzt etwas und du beantwortest die Frage selber. Ja, okay. Okay? Ja. Wenn du zu mir sagst, du bist mein Freund. Wir sind Freunde, oder? Ja, genau. Ja, wir sind gute Freunde. Okay. Wir sind Freunde. Und du weißt, diese Person hat mir Sachen angetan, die nicht stimmt. Ich war acht Monate im Knast. Pass auf. Acht Monate im Knast. Unschuldig. Allah ist mein Zeuge. Und mein Freund, der sagt, er ist mein Freund. Und ich bin seit vier Jahren im Gericht. Er nennt sich mein Freund. Und er weiß, ich hätte vielleicht, ich habe was dagegen, obwohl ich ihm nichts gesagt habe. Und er würde das machen. Würde er noch dein Freund sein? Nein. Siehst du, ich brauchte die Frage. Das hast du dir selber beantwortet, die Frage. Aber viele sagen, die gehen, viele sagen, aber auch nicht, keine Ahnung. Er kann machen, was er will. Er kann machen, was er will. Aber Harun, du musst eine Sache wissen. Ja. Und merke dir das den Rest deines Lebens. Wer dich einmal hintergeht, hintergeht dich. Hintergeht dich jedes Mal. Willst du damit sagen, einmal verrat, immer verrat oder sowas? Einmal ist einmal zu viel. Einmal verrat, immer verrat. Aber guck mal, man braucht Charakter für Loyalität, ich schwöre. Ich stehe zu, Harun. Wenn ich sage, du bist mein Freund. Ja. Wallahi billahi, ich stehe vor dir wie ein Panzer. Ja, guck mal, ich sag mal so, ne? Wirklich Barello hätte ich das auch nicht gemacht, Wallah. Ich kann machen, was er will, das ist ein freies Land hier. Ja, aber du, Harun, ich stand da auch gut hinterhin, Wallah. Muss man ehrlich sagen und so, ne? Aber muss ich da selber wissen, Ja, sah Wallah, mich öffnest du ihm. Du sagst das gerade selber aus deinem Mund. Wir standen nicht hinter ihm, vor ihm. Und dann kommt sowas, dann fass, dann...